Ich bin ein Politschädel, hat Matthias Strolz vor kurzem gesagt. Sein Politikrückzug als Chef der NEOS im Jahr 2018 ist mittlerweile vor sechs Jahren gewesen. In der Zwischenzeit war es politisch ruhiger um ihn. Er hat mit Bäumen geredet, hat viel gesungen. Jetzt allerdings könnte es möglicherweise von neuem wieder losgehen mit der Politik oder zumindest ist er immer noch politisch hochinteressiert. Zu all dem spreche ich jetzt mit ihm. Er ist direkt bei uns. Matthias Strolz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Guten Morgen, hallo. Ja, sechs Jahre raus aus der Politik, jetzt aber vielleicht ein Wayback, sage ich einmal. Sepp Schellhorn ist zurückgekommen. Wann kommt Matthias Strolz zurück? Ja, da gibt es kein unmittelbares Datum. Also ich kandidiere nicht, weder für die Europawahlen noch für die Nationalratswahlen. Aber ja, ich bin ein politischer Mensch und ich kann vor dem nicht davonlaufen. Da bin ich schon draufgekommen. Das ist, das bleibt einfach. Das bist du oder bist du nicht. Die einen sammeln alte Möbel und die anderen lieben Nacktbaden und ich liebe Politik. Punkt. Ja, so ist das halt. Was heißt denn das, wenn man draußen ist aus dem System, unter Anführungszeichen, wirklich keine Amtsposition mehr hat, wie einstmals Parteichef zu sein und Klubobmann, ist man dann trotzdem mittendrin und nicht nur dabei? Ja, du bleibst irgendwie, also diesen Steigeruch kannst du nie ablegen. Das ist auch so, dass angenommen, ich bin auf einer Sommerparty oder auf einer Hochzeit, wenn da ein anderer mit dem Steigeruch herumläuft, der muss nicht dieselbe Farbe haben. Du schaust dich an und du erkennst dich nach drei Sätzen. Das heißt, ich glaube, das ist in allen Berufen so. Wenn du einmal ein Autoverkäufer warst, zehn Jahre, dann wirst du dein Leben lang ein anderes Verhältnis zu Autos haben als der Durchschnittsbürger, die Bürgerin. So ist es bei mir mit Politik. Das heißt, auch wenn ich Kunst mache, dann wird es politisch. Wenn ich ein Buch schreibe, dann wird es in der Essenz politisch, halt nicht parteipolitisch. Da bin ich froh, dass ich aus diesem Hickhack ein bisschen draußen bin. Aber meine Brille ist zutiefst politisch. Meine Frau hat das am Anfang genervt. Die hat gesagt, kannst du das abschalten, bitte? Bei jeder Geburtstagspartei oder so. Da sage ich, nein, ein Schwangere sieht Schwangere, ein BMW-Fahrer sieht BMWs. Ich habe heute noch keinen BMW gesehen und noch keine Schwangere. Aber sie sind mitten unter uns auf dem Weg hierher. Aber wäre ich es, dann sehe ich. Und deswegen sehe ich überall Politik. Das ist halt so. Wie ist denn das, wenn man Politik sieht und auch die hochschaubaren politischen Parteien? Stichwort FPÖ zum Beispiel. Rund um Ibiza war die Partei ja vollkommen am Boden, quasi bei ein paar Prozenten. Und derzeit schon wieder Umfragesiege überall unter Herbert Kickl. Wie nehmen Sie das wahr? Wie ist dieser Rechtsruck in Österreich? Ja, ich bin besorgt. Also ich hätte es so erwartet, weil das so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man das sehr schnell vergisst. Und dass natürlich die allgemeine Gemengelage irgendwo der Kickl-FPÖ in die Hände spielt, in die Karten spielt. Mich besorgt, nicht weil ich die als Unmenschen empfinde. Das sind auch Menschen. Aber inhaltlich bin ich anderer Meinung. Und solange sich Kickl und die FPÖ nicht von ihrem Vorbild Ungarn distanzieren, solange, glaube ich, sind sie eine grottenschlechte Wahl für Österreich. Weil wir müssen uns vor Augen halten, was heißt Ungarn? Ungarn heißt, das Vorbild Ungarn erstens, der Regierungschef weiß, entweder ist er an der Macht oder im Häfen oder im Exil. Immer wenn ein Land an dem Punkt ist, wo der Regierungschef weiß, ich bin entweder weiter an der Macht oder im Häfen oder im Exil, dann hat die Demokratie einen schweren Stand. Dann wird dieser Mensch alles tun und seine korrupte Entourage, um an der Macht zu bleiben. Und das spielt keine Rolle, was jetzt halb kriminell ist oder ganz kriminell. Zweitens, alle Medien, die kritisch waren, würde sie auch betreffen, die werden entweder aufgekauft in Ungarn und eingestellt oder gleichgeschaltet. Wollen wir das? Ich will es nicht. Drittens, Opposition wird strukturell abgehört. Also ich habe in meiner aktiven Zeit noch mit einem Oppositionsführer eine Pressekonferenz gemacht, er hat öffentlich gesagt, natürlich werde ich abgehört und das weiß jede Oppositionspolitikerin, jeder Oppositionspolitiker. Und wenn du den Premierminister kritisierst, kann es sein, dass du morgen um 6 Uhr ausgekauft wirst, dein Laptop, Handy abgeben. Wenn ich dann öffentlich kritisier auf Ex, auf Twitter damals, hey, das geht so nicht, dann sagen sie, wir haben ihn eh wieder freilassen. Aber jetzt stellen Sie Ihnen vor, Sie werden morgen um 6 Uhr ausgekauft, das macht was mit Ihnen, mit Ihren Kindern, mit Ihren Nachbarn. Viertens, wenn dort österreichische Unternehmen Geschäfte machen, müssen Sie mittlerweile, das geben dir auch zu, nicht offiziell Schutzgeld zahlen. Das heißt, das ist hochkorrupt. Und der Profit geht in ein paar wenige Familien. Das sagt der neue Typ, der jetzt aufgestanden ist in der Opposition, eh, ein paar Familien kontrollieren das Land. Das will ich nicht für Österreich und deswegen bin ich da besorgt. Weil Sie auch gesagt haben, man wird abgehört und man hört es immer wieder auch, dass das eh jeder weiß, so sinngemäß. Jetzt gab es ja oder gibt es aktuell den Fall um Egisto Ott im Hinblick auf Agentenanwerbungen und Weitergabe brisanter Informationen. Wenn man so verstrickt ist in der Politik, wie sie es ja auch waren und mittendrin in diesem Netzwerk. Jetzt hört man ja, viele andere Politiker wurden dann auch kontaktiert von Ott. Wie oft kommt man denn in der Spitzenpolitik in die Gefahr, möglicherweise auf eine Bahn zu geraten, die man sich nicht aktiv ausgesucht hat, die geschieht halt mit einem, weil man möglicherweise in einem Agentennetzwerk verstrickt ist, ohne das bewusst gewollt zu haben? Ja, das kann passieren tatsächlich. Man muss halt irgendwie achtsam sein, aufmerksam, aber grundsätzlich ein Treffen mit dem Herrn Ott, ich habe ihn soweit ich weiß nie getroffen, aber ein Treffen per se kann auch nicht heißen, ich bin ein Kollaborateur. Weil die Aufgabe einer Politikerin, eines Politikers ist natürlich auch Dingen nachzugehen. Und du bekommst jeden Tag viele Zuschriften über Sauereien, über Vorschläge für Neugestaltung und es wäre ja grotesk zu sagen, ich antworte keinem davon. Und natürlich sind die oft Geheimnisträger und wenn die dann kommen, solche Menschen und sagen, ich habe da was für sie, dann horchst natürlich hin. Also damals dieses Konvolut von, ich weiß noch, zwölf Seiten, wo ja die ganze Misere irgendwie begonnen hat, wo viele Vorwürfe drin waren, die so halb gestimmt haben. Die andere Hälfte war unglaubliche Empörung, wenn sie auch noch stimmen würden. Die habe ich auch zugesteckt, kriegt die zwölf Seiten. Und wahrscheinlich auch jeder, der nicht irgendwie bei drei am Baum war als Politiker. Und das liest du durch und da bleibt er am Abend im Bett, wenn das durchlässt, die Luft weg. Und am nächsten Morgen sagst, jetzt muss ich mir das genauer anschauen. Weil wenn das stimmt, dann ist es verrückt. Dann kann das eine Regierung aus den Angeln heben. Die Aufgabe ist, gut hinzuspüren, aus welcher Quelle kann das kommen? Werde ich benutzt? Werde ich sogar missbraucht? Oder ist es meine heilige Pflicht als Volksvertreter, hier diesen Dingen nachzugehen und für Aufklärung zu sorgen? Sehr, sehr interessant. Nicht einfach. Sehr interessant, diese Zusammenhänge, die man ja als Zivilist so nicht annehmen würde, sozusagen, dass man immer wieder in die Nähe dieser Stichflamme kommt, sozusagen. Sebastian Kurz ist unlängst vor Gericht schuldig gesprochen worden. Sie kennen ihn ja sehr, sehr gut, auch schon aus der Zeit vor der Politik. Hätten Sie das, wenn man ihn wirklich kennt und wie er tickt und wie sein Charakter ist, je erwartet, dass er einen Schuldspruch einfahren wird? Nicht, als er zum ersten Mal in meinen Kommunikationskursen war, da mit 16 oder so bekannterweise oder 15. Nein, aber als er Kanzler wurde, habe ich ja, ich bin ja mit ihm in der Arena gestanden und 2017 war mir klar, das ist ein Wahlkampf, der kostet 20 Millionen Euro von ihm. Gesetzlich erlaubt sind es 7 Millionen. Wenn ich das öffentlich gesagt habe, haben die Leute gesagt, naja, du bist ja neidisch oder so. Wir haben gehabt zwei Millionen, also ein Zehntel davon. Mir geht es darum, es ist nicht gut, eine Kanzlerschaft auf einem Gesetzesbruch aufzubauen. Und das war nur eine der Beobachtungen. Die Kaltschneizigkeit war immens. Er ist mir nach wie vor nicht unsympathisch, aber die Kaltschneizigkeit ist immens. Professionalität war auch immens. Die Talente sind auch groß. Aber offensichtlich fehlt an manchen Stellen der Entscheidungen dann der Kompass, der moralische. Und so wird das dann halt auch verhängnisvoll. Gut, jetzt wurde Berufung eingelegt, man weiß auch nicht, wie es aussieht. Ja, ich wünsche ihm persönlich alles Gute, aber ich wünsche auch, dass er nicht zurückkehrt. Also ich glaube schon, dass du in diesem Kanzleramt einen moralischen Kompass dabei haben solltest, der dich über solche Dinge hinweg näht, in jede Sackgasse der Verführung hineintreibt. Und es nutzt uns als Land nichts, wenn du das da mit viel Scham machst. Sackgasse ist Sackgasse. Also das ist ja auch klar. Kommen wir wieder zu den Neos. Rückblickend auf die letzten Jahre, Beate Meinl-Reisinger, ihre Nachfolgerin, von Ihnen ja selbst quasi auserkoren. Was macht sie denn jetzt Hand aufs Herz besser als Sie zuvor und was macht sie auch schlechter? Es ist sehr kommunikationsstark. Die hat eine große politische Landkarte, hat einen eisernen Willen, eine große Konsequenz, harte Arbeiterin. Und sie hat dieses junge politische Projekt einfach in die nächste Wachstumsphase geleitet und mit großer Kraft im Außen. Dazu gratuliere ich ihr und allen. Und natürlich gibt es ab und zu Momente, wo ich mir denke, ah, die EVP hat 15 Prozent runtergeschrieben, geht da nicht noch mehr. Das maße ich mir von außen jetzt nicht an. Und ich habe auch gesagt, keine Zurufe. Ja, wir sind immer wieder im Austausch. Und das ist keine einfache Aufgabe. Und sie macht das, sie macht das mit großer Kraft und Disziplin, finde ich. Also nicht wirklich einzelne Punkte dann schlecht wären, nur manchmal will man halt von außen noch ein bisschen mehr sozusagen. Ja, du warst ja auch nicht alles von außen. Ja. Ich hätte vor Weihnachten die Fantasie gehabt, stellt euch noch breiter auf. Allianz, einer. Ich wollte einfach da irgendwo auch eine Chance gesehen haben, dass angenommen Neos wächst auf 15 Prozent, dann ist auch dieses, diese ungarische Perspektive hat Akte gelegt, zumindest für die nächsten fünf Jahre. Dazu wird es jetzt nicht automatisch kommen, aber sie sind auf wesentlich höherem Niveau als unter meiner Führung, muss man auch sagen. Und dafür habe ich ganz großen Respekt. Es ist ja doch interessant, Sepp Schellhorn, der lange, lange engagiert bei der NOS war, aber dann auch ausgestiegen ist, weil es war ihm zu viel, hat er gemeint, auch das permanent kritisiert zu werden, auch in sozialen Medien. Er war weg. Und jetzt ist er eben wieder da. Auch so quasi, er ist ein Politik-Schädel, sagt er jetzt anders als sie, aber sinngemäß. Er kommt nicht los davon. Ist das verständlich, dass jemand wirklich wieder aktiv einsteigt in die eigene Partei? Ja, klar. Das soll es geben. Sepp Schellhorn hat ja vor allem während Corona natürlich als Gastwirt und Hotelier wahnsinnige Herausforderungen gehabt. Mehrere Betriebe, das musst du zusammenhalten. Da sind ja viele auch wirtschaftlich gestorben. Und da hat er gerudert wie der Wilde. Gut gerudert offensichtlich. Und einer seiner Söhne hat jetzt übernommen, den Heimatbetrieb. Das heißt, er hat die Hände freier. Und das habe ich auch gesagt, wenn dann die Kinder werden älter, wenn die Hände wieder freier sind. Ich finde, wir haben als Menschen auch die Einladung, aber auch die heilige Pflicht, unsere Talente in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Und wenn du halt ein Talent im Politischen hast, dann hast du die Pflicht. Ungelebtes Leben vergiftet. Da musst du es auch leben. Und alles hat seine Zeit. Ich bin halt irgendwo draufgekommen, ich liebe Politik, ich liebe meine Frau, liebe die Kinder. Und nach sechs Jahren, gut, waren diese drei Lieben nicht mehr vereinbar. Vielleicht kommt wieder ein Zeitpunkt, wo die vereinbar sind. Je älter die Kinder werden, ich glaube schon. Und dass man, der Veit Dengler, Mitinitiator von NEOS, kandidiert jetzt ja auch in den offenen Vorwahlen. Da kann ja jeder mitwählen aktuell bei den NEOS. Ich muss kein Mitglied sein. Hier geht der NEOS tatsächlich neue, immer noch andere Wege. Alle können die Listenerstellung mit beeinflussen. Und ich denke, wenn Veit Dengler zum Beispiel in der Steiermark die meisten Stimmen hat in der Vorwahl, dann wird er da auch die Liste anführen beispielsweise. Kommt also auch wieder. So ist das Leben. Wir haben ja gesagt, es soll zählen, wer was kann und was auch beitragen will und nicht, wer wen kennt. Das gilt hoffentlich auch für die eigenen Leute. Und nicht, dass wir da irgendwo Egos den Platz verstellen. Sehr interessant. Veit Dengler wird es in der Steiermark jetzt probieren. Sepp Schellhorn probiert es wieder auf der Bundesebene. Aber der Matthias Strolz selbst bleibt immer etwas vage. Da gibt es immer Andeutungen, kann sein, kann nicht sein. Na, jetzt nicht. Ich kandidiere nicht, sonst hätte ich ja kandidiert. Also das ist sehr klar, das ist nicht vage, sondern jetzt nicht. Und ich bin, die Bildung ist mein Herzensthema. Das ist bekannt seit 30 Jahren, seit ich irgendwie Landesschulsprecher war, Schulsprecher, Klasensprecher und dann halt als Chef auch der Hochschülerlinenschaft in Innsbruck und dann in vielfältiger Weise. Wenn ich in der Bildung einen Beitrag leisten kann, dann weiß das auch die Parteichefin, dann stehe ich bereit. Und ich kann mir das auch vorstellen als Überparteilicher. Ich habe ja auch beim Fassmann als Bildungsminister beraten für die neuen Lehrpläne. Ich will einfach, dass da was weitergeht. Ich glaube, Bildung ist wichtig für jede und jeden. Da geht es um die Selbstermächtigung des Menschen. Wenn einer so in der Lehre steht und die Lehre passt zu ihm, dann merkst du, boah, der wächst ein paar Zentimeter in den drei Jahren. Und wenn die Schule passt oder wenn die weiteren Ausbildungen passen oder das Studium, dann möchte ich begleiten. Die jungen Menschen haben es ja nicht einfach in diesen Jahren. Also die Depressionen nehmen zu, die suizidalen Tendenzen nehmen zu, Ernährungsstörungen. Da bin ich ein Experte. Da kann ich was beitragen. Und das ist bekannt. Auch in meiner Partei und auch in den anderen Parteien. Und da bin ich auch in vielen Gesprächen. Was weiß man, ob hier ein Beitrag kommt in den nächsten Jahren. Das liegt ja nicht in meiner Hand auch nur. Ich kann nur Angebote machen. Jetzt haben Sie ja gesagt, viele kommen auch deswegen wohin, weil jemand irgendwo irgendwen kennt. Ja. Jetzt ist ja bekannt geworden, Philipp Jelinek, der Vorturner der Nation mit Philipp, hatte Kontakte offenbar zu HC Strache, der sich für ihn hätte einsetzen sollen beim ORF. Wie oft geschieht denn das in der Spitzenpolitik, dass sich jemand an einem herampirscht, indem man sich für jemanden verwendet? Ist Ihnen das geschehen? Kommt da jemand und sagt, bitte mach was für mich? Ja, andauernd. So ist das mit Menschen. Das ist nicht einfach für Politiker auch, weil du ja täglich Dutzende von Fotos machst und soll jetzt sagen, na Herr Koller, wir machen kein Foto, weil möglicherweise Sie eine Katze fressen in drei Wochen und dann kommt das Foto von uns beiden. Ihnen kann es ja genauso gehen. Ich könnte ja auch eine Katze fressen in drei Wochen und jetzt habe ich den Typen im Studio gehabt. Das, also es ist ein People's Business. Du hast mit Menschen zu tun. Hoffentlich magst du Menschen, sonst bist falsch in der Politik. Kasse mit dir, finde ich. Dann mache ich einen Job im Keller, ja, allein. Und wenn du Menschen magst und für die Menschen da sein willst, also Minister ist ja in der wörtlichen Übersetzung zum Beispiel ein Diener. Und ich finde, Politik ist Dienstleistung. Das ist, Dienerschaft klingt ein bisschen, ist ein bisschen katholisch schwermütig, aber das soll ja, das ist positiv gemeint. Wenn du dienen willst, Gutes bewirken willst, musst du mit den Menschen in Kontakt sein. Und dass da der ganze Querschnitt dabei ist, von was ich heilige, wahrscheinlich. Aber du weißt nie genau, was ist jetzt mit dem, wenn du ein Foto machst. Ich bin dann auch noch ein bisschen tatschi, ich tue ja jeden Zweiten beim Foto überarmen und dann kannst du nachher ein kurzes Stoßgebet hoffentlich frisst ja keine Katze. Also vor der Katze kann ich beruhigen. Ich bin die Katze übrigens. Ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht verdächtig. Aber wenn das dann auffliegt, wie es bei Jelene geht zwar, dass Chats darlegen, da gab es einen Kontakt. Und Sprache könnte ja tatsächlich etwas gemacht haben für ihn, muss man erst befragen, er kommt am Montag zu uns. Hat es da wirklich Versuche gegeben? Und dann fällt das auf, da hat sich ein Politiker eingesetzt für Jobs. Ist es dann auch richtig, dass wie im Fall von Fit mit Philipp diese Sendung dann abgesetzt wird? Also das, so wie die zwei kommuniziert haben, das geht zu weit. Also das ist ja Schiebung. Das ist ja, dass jemand ein Anliegen hat, eine Bürger oder ein Bürger, das ist ja legitim. Also sonst, man darf ja seine Meinung aus, sondern auch seine Wünsche. Aber dass man sich da unter eine Decke gemeinsam begibt und sage, ich beschaffe dir Informationen und dafür beschaffst du mir einen Job. Das ist Schiebung. Und ich verstehe den ORF, dass er sagt, so leid es mir tut. Ich weiß, ich habe also etliche Verwandte, die da heftig mitgeturnt haben. Und der hat da einen guten Job gemacht. Fit mit Philipp. Ich habe das nicht gekannt, aber ich bin immer wieder gerade auf ältere Semester gestoßen, die das freutvoll mitgemacht haben. Und ich hoffe, finden eine gute Nachfolgelösung. Also ich verstehe, dass sie hier einen Schluss durchziehen mussten. Das heißt, wenn es so eine Art Gegengeschäft ist, dass man bekommt etwas dafür, dass man selber was liefert, dann wird es kritisch. Nein, das geht nicht, weil es muss transparent sein. Es muss also, ich muss guten Gewissens das eben auch hier erzählen können, wie das gelaufen ist. Ja, der hat mich kontaktiert und ja, ich habe das höchste der Gefühle ist, dass ich einen Lebenslauf irgendwo weitergebe und dieses Anliegen kam irgendwo daher. Und ich höre, dass sie haben ein transparentes Auswahlverfahren. Oder ich sage, bewirb dich. Da ist jetzt gerade eine Stelle offen, ausgeschrieben, bewirb dich regulär. Ich gebe Informationen zurück im Sinne von transparenten Verfahren. Das ist die Aufgabe. Jetzt auch als Nicht-Politiker kriege ich ja immer noch viele Zuschriften. Ich kann nicht immer helfen und das überstärkt meine Vernetzung und Möglichkeiten. Aber wo ich es kann, mache ich es gerne. Ganz klar. Und dann muss man ein feines Gefühl entwickeln, was ist Schiebung, was ist Unrecht, was ist korrupt und was davon ist, ist dienstvoll sein, einfach hilfreich sein, freundlich sein. Also in einer Zeit, die eh umfangreich, schwierig ist, teilweise beschissen, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, einfach freundlich zu sein, wenn es sich die Chance bietet. Sehr cool. Einmal mehr ein ganz, ganz offenes Interview mit Matthias Strolz, der immer noch nicht sagt, er kommt ganz fix dann zurück, aber ich glaube, es wird was. Ich bin ja nicht ganz drauf, die Kinder sind mitten in der Pubertät und nach vorne hin gehen große Freiheiten auf. Matthias Strolz, einmal mehr, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung.